Okay, bereit, auf geht's, fort, eins, zwei, zwei, drei, vier, eins, achso, Entschuldigung, drei, zwei, drei, zwei, drei, drei, vier, Okay, guten Morgen von Thulder, um, today we looked at Paulus Eckermeyer's Pole X-Play number 11. Um, we start, we start with, uh, Susanne in a position where, from which she can, um, do the Mordhau and, um, it's easy for her. Also, also, her, um, her back end is pointed towards me, and, uh, so she could also, she could also step if she wants. So it's very hard for me to go in there. So, what I do, what I do is, uh, I bring her, I bring her aside, here, and step in with my left leg, and wind, and wind to her throat. Okay, so that's the target, uh, why not to the throat. Um, why don't we, why don't we do this on the other side? If I do, um, versetzen on the other side, it's pretty easy for her to, um, to get me in the head. Otherwise, if I, um, if I come from here, it's, uh, she has to, she has to make very strange movements, um, to, um, to somehow get me, but it's not possible. Okay, so, step number one. Step number two, um, um, I want to bind here, but what she does is, she just goes over it, you know what I do? She goes over it, or, or under it. Yeah, um, and, um, step in. And she, she steps off the line, so she can use her full, in a full way, to, um, to bring me, to bring me off, um, 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 to bring me, to bring me off, um, 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 um. Und von hier, sie steckt zwischen meinen Armstern, zu meinem Armstern oder zu meinem Armstern. Und das ist es für mich. Anyway, ich kann versuchen, das zu prüfen. Und nun, sie ist bei meinem Ex. Aber sie resetzt ihr leg, die ist hinterher. Und ich denke, sie ist passiviert. So für mich, hier, meine einzige Möglichkeit ist zu retreiten. Und das ist was ich mache. Ich retreite mit meinem Left Leg und mache es zwischen meinen Händen. Sie geht für meine Hände, ich mache es zwischen meinen Händen. Und nun, ich bin strengt von ihr Back Point. Sie könnte auch hier kommen. Aber Maja gibt uns ein sehr cleverer action. Hier gibt es ein sehr cleverer action. So, ich gehe nach unten, pulle ich nach unten, stelle ich nach der Seite, und dann gehe ich nach unten. Die gleiche funktioniert, wenn sie mit ihr Back Point kommt. Ich kann das gleiche machen. Wenn sie mit ihr Back Point kommt, dann gehe ich mit dem Händen und die Hände nach unten. Dann gehe ich nach unten, um einen guten Position zu machen. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank, Frau. Und danke. Danke